Donald Trump tritt in Wisconsin im orangenen Müllmann-Outfit auf und spricht mit Reportern und Reporterinnen aus einem Müllwagen heraus. Der PR-Gag soll auf die kritisierten Aussagen von Joe Biden anspielen, der die Aussagen eines Comedians über Puerto Rico als Müllinsel thematisiert. Die umstrittenen Äußerungen sorgen vor allem bei der puertorikanischen Community für Empörung, besonders in Pennsylvania, wo viele wahlberechtigte Puerto Ricaner leben. Biden selbst hebt davor, dass er nicht Trumps Anhänger und Anhängerinnen, sondern deren hasserfüllte Rhetorik kritisieren wolle. Der umstrittene Mitschnitt seines Kommentars lässt die genaue Zielrichtung offen. In einem offiziellen Statement distanziert sich das Weiße Haus jedoch deutlich von dieser Interpretation und bezieht sich klar auf Trumps herabwürdigende Kommentare über Latinos. Harris zeigt sich in ihrer Stellungnahme neutraler und betont ihre Absicht, als Präsidentin alle Amerikaner und Amerikanerinnen zu vertreten. Trump selbst wettert währenddessen weiter über die angebliche Invasion von Migranten und Migrantinnen und stellt den Aussicht, dass Harris Millionen Einwanderer ins Land lassen würde. Am Ende seiner Show fragt Trump die Reporter und Reporterinnen, wie ihnen seine Müllabfuhr gefalle. Kurz darauf wechselt er vom Müllwagen in seinen gepanzerten Wagen, um zu einer Wahlkampfveranstaltung weiterzufahren.